Ich darf dir heute den Hotspotter von der Firma DINETWO vorstellen. Der Hotspotter von DINETWO ist in einem EU-Förderprojekt mit dem Namen DIGIPRO entwickelt worden. Ziel des Hotspotter ist es, die Verbindung zwischen den Explosionszeichnungen und den Stücklisten voranzutreiben. Viele Unternehmen kennen das Problem, sie haben verschiedene Datenbasen. In ERP gibt es Listen und dann gibt es im CAD-System, im CAD-System gibt es Zeichnungen oder alte Zeichnungen per Shaping, manchmal auch PDF von Händlern oder von Lieferanten. Das ist ein großes Problem. Wir haben uns dessen angenommen und haben eine KI gebaut, mit der die Unternehmen die Möglichkeit haben, sehr schnell in einer guten und hohen Qualität Explosionszeichnungen aufzulösen oder die Hotspots zu finden und diese mit einem Label zu versehen und somit zu verbinden mit der Stückliste. Ich will das gleich zeigen. Ein Satz noch. KI ist ein Riesenwerkzeug. Wir nutzen das, um die Zahlen zu erkennen, um Hotspots zu erkennen in Explosionszeichnungen. Das sind nie 100%. Uns ging es aber darum, diesen Prozess der Aufarbeitung zu beschleunigen. Und mit dem Beschleunigen haben wir heute eine Qualität von je nach Zeichnung zwischen 60 und 80, 90%. Du wirst gleich sehen, die KI kann lernen. Wir lassen den Hotspotter in der Cloud laufen. Somit ist es für jeden Kunden einfach, und das war uns wichtig, ist es für jeden Kunden einfach, den Hotspotter zu bedienen und zu integrieren. In DeepLane ist er direkt integriert. Das heißt, du gehst auf Produkte, du lädst das Schema, also die Explosionszeichnung hoch. Dort kannst du auf Hotspotter starten klicken und dann kannst du nacharbeiten. Mit dem Hochladen der Zeichnung wird der Hotspot aber sofort angefragt und du bekommst automatisiert ein Ergebnis. Das führt dazu, dass wenn du zum Beispiel im initialen Upload der Daten, also im Import des ersten Datensatzes, manchmal hunderttausende von Artikeln und auch tausende von Zeichnungen, dass du innerhalb von Stunden, manchmal ein paar Tagen, je nachdem was für eine Menge, du sofortige Ergebnisse hast. Schneller kannst du deine Datenbasis nicht digitalisieren. Aber nun gehen wir mal rein in den Hotspotter. Nach dem Login kommst du in den internen Bereich des Hotspotters. Diesen Bereich, den brauchst du nur zum Nacharbeiten. In DeepLane selber kannst du den Hotspotter öffnen und bekommst ihn in DeepLane angezeigt. Das hier ist der externe Weg. Der Hotspotter läuft bei uns in der Cloud, sodass du ihn auch theoretisch ohne unser Serviceportal nutzen kannst. Macht natürlich wenig Sinn. Aber, ganz wichtig ist, was tun wir hier? Einstellungsmöglichkeiten sind die Höhe der Zeichnungs-Hotspots. Das heißt, die Ziffern haben eine gewisse Pixelhöhe. Das kann unterschiedlich sein. Bei alten Zeichnungen, wo ganz viele Hotspots sind, sind das eher kleinere. Bei größeren Zeichnungen mit ganz wenigen Hotspots sind es auch gerne schon mal größere. 20, 25 und 30 Pixel hohe Ziffern. Das gebe ich hier ein, damit ich einfach ein besseres Zeit für ein Suchfenster habe, damit er mir nicht alles Mögliche findet. Ich mache es der CAI etwas einfacher. Auch das wird mit der Zeit nach und nach sich automatisieren. Aber heute ist es nötig, dass wir hier etwas eingeben, was vielleicht dem Standard nicht entspricht. Du siehst hier 20 bis 32 Pixel, weil wir wissen, dass die Zeichnungen hier, die Hotspots, ungefähr 25 Pixel abweichend sind. Wir können hier nochmal sagen, wie ist die Distanz zwischen den Pixeln. Das ist immer standardweise auf 10 Pixel. Dann sucht er immer links und rechts einige Pixel ab. Wichtig ist nur, dass wir tatsächlich hier, wenn das Ergebnis nicht so ist, wie wir uns das vorstellen, dass wir hier nochmal nacharbeiten. Aber in aller Regel passt das so. So, wenn wir dann einen Reload machen, dann können wir mal schauen, dass wir die Meldung hier oben bekommen, dass er neun Stück gefunden hätte. Wir können dann schauen, okay, hat er welche gefunden? Ja, er hat die sieben gefunden. Er hat die acht gefunden. Huh, jetzt habe ich mich verklickt. Er hat die neun gefunden. Ja, hier hat er einen kleinen Fehler. Die sechs hat er so fünf gemacht. Jetzt kann ich folgendes dir vorführen. Du würdest jetzt hier einfach rechte Maustaste und löschst diesen Hotspot, setzt einen neuen und sagst dem, was für ein Hotspot und fügst hinzu, das war's. Die Erkennung heute bei Standardzeichnungen beträgt ungefähr 70 bis 90 Prozent. Das kommt wirklich auf viele Faktoren an, von Qualität, Größe, Anzahl, Komplexität der Zeichnungen. Aber wir sind heute im Durchschnitt bei 80 Prozent. Das ist schon sehr gut. Und ich darf dir nochmal vorstellen, das, was du hier siehst, das ist letztendlich gesehen automatisch. Das heißt, wenn du morgen 100.000 Zeichnungen in das System reinschiebst, dann bekommst du in wenigen Stunden 100.000 verhotspotete Zeichnungen zurück. Und wenn du dann 70 bis 80 Prozent erkannt hast korrekt, dann ist das ein hervorragendes Ergebnis. Und bedeutet für dich, mit dem Import Wizard von die Netform mit DeepLane können wir dich innerhalb von wenigen Tagen tatsächlich digitalisieren. Wir können innerhalb von wenigen Tagen alle deine Daten und deine Produkte und deine Relationen in den Strukturen importieren, deine Kunden importieren, etc. Für dein Portal, für deine Kunden und können dann mit dem Hotspot auch noch das Erlebnis schaffen, dass deine Kunden in der Explosionszeichnung navigieren können. Ich denke, das ist ein Riesenschritt nach vorne und hilft Unternehmen dabei sehr schnell und vor allen Dingen ressourcenschonend, den Schritt in die Digitalisierung zu gehen. Ich denke, das ist ein Riesenschritt nach vorne.